Sieh einer an. Christus ist auferstanden. Ich wollte schon den Bestatter anrufen. Tut mir leid. Ich konnte einfach nicht einschlafen. Ich auch nicht, so wie du dich ständig rumgewälzt hast. Okay, was ist los? Ich bin nur glücklich. Sieh ganz danach aus. Ich hab nachgedacht. Wirklich? Das ist ja was Neues. Ich möchte mit dir und der Kleinen zur Küste rausfahren. Ehrlich? Arbeitest du nicht? Pauli und ich haben etwas Kohle verdient. Ha. Hat sich eine seiner Ideen endlich ausgezahlt? Sowas in der Art. Pack deine Sachen. Ich hol dich ab, muss aber erst zu Pauli. Was verheimlichst du mir, Tommy? Gar nichts. Klar, du und Pauli seid plötzlich reich. Und jetzt willst du ein paar Tage abhauen? Das stinkt doch. Wozu Geld haben, wenn wir es nicht ausgeben? Darum geht's nicht. Du zitterst. Am ganzen Körper. Ja, du bist wegen etwas nervös. Du weißt selbst nicht, warum. Wahrscheinlich. Sei dir lieber sicher, bevor du zu Pauli fährst. Nur für den Fall, dass er es ist, der dich unruhig macht. Pauli ist in Ordnung. Sorg dich nicht. Dann sehen wir uns also bald. Die Leute sagen, sie haben noch keine Sorge. Diese Gegend geht vor die Hunde. Was ist mit der Tür passiert? Wo ist der Himmel? Hey, hast du letzte Nacht den Krach gehört? Nee, ich hatte Nachtschicht. Der Typ in der Wohnung über mir hat wieder Ärger gemacht. Pauly? Oh Gott. Pauly? Oh Gott. Pauly? ARD Text im Auftrag von Funk Pauli? Sam. Ich bin's. Tom. Wo ist Pauli? Er ist tot. Er liegt vor mir auf dem Boden im Flur. Zwei in den Schädel. Oh mein Gott. Ich wollte... Ich wollte ihn warnen. Warum das? Oh Gott. Ich verdanke euch mein Leben. Ehrlich. Wovor warnen, Sam? Salieri. Er weiß das mit dem Bankraub. Du steckst in der Scheiße. Du musst untertauchen. Okay. Okay. Ich brauche etwas Geld, um mit meiner Familie abzuhauen. Hast du etwas? Klar. Kein Problem. Soll ich zu Pauli kommen? Nein. Nein. Nein, ich muss hier weg. Treff mich. Bei der Stadtgalerie. Ja, okay. Pass auf dich auf, Tom. Wir sehen uns. Und... Danke, Sam. Ich zahle meine Schulden, Tom. Das weißt du. Pauli. Ich muss los. Tut mir leid. Ich rufe die Bullen. Da stimmt was nicht. Jemand sagte, es waren vielleicht Schüsse. Untertitelung des ZDF, 2020 Stehenbleiben, Tommy. Scheiße. Hey, Tom. Sam. Was ist hier los? Du und Pauli. Ihr habt es mir schwer gemacht. Ich weiß, Sam. Und das tut mir auch leid. Aber ich muss untertauchen. Hilfst du mir oder nicht? Du machst es schon wieder. Zwingst mich zwischen Freunden und Familie zu wählen. Danach hast du doch bei Pauli gesucht. Hier, dein Anteil. Mehr als du verdienst. Sam. Du warst es. Du hast ihn getötet? Nein. Pauli hat sich selbst umgebracht. Du scheinst richtig traurig zu sein. Aber nein, ich bin gut drauf. Alles, alles in Ordnung zwischen mir und dem Don. Ich steige auf. Und ich habe gerade diesen Haufen Geld gefunden. Der Don weiß von Frank, Tom. Und der Hure auch. Der Hure? Das Mädchen, das du mochtest? Du hast sie am Leben gelassen. Das alles tut mir leid, Tom. Aber im Geschäft gibt es Regeln. Wirklich schade. Don Salieri... ...hat dich gebocht. Wir werden beide an deinem Grab trauern. Du glaubst, du machst das aus Loyalität. Das stimmt nicht. Du hast nur Angst. Vielleicht. Aber wenn du nur ab und zu über deine Schulter geblickt hättest, hättest du viel länger gelebt. ...lebt wohl. Lass dich nicht leiden, Jungs. Er ist mein Freund. Du kannst nicht fliehen! Geht oben! Wer den Typen beseitigt, wird als Mitglied aufgenommen. Was tust du, Sam? Geschäft ist Geschäft, Tom. Ich weiß, dass gerade du das verstehst. Von deinen Freunden muss heute keiner mehr sterben, Tom. Los, um ihn rum! Willkommen! Was? Das war's, was? Was? Oh, oh. Nein. Oh. Oh! Sorry, Tom! Du würdest es auch tun! Du, Judas! Ich bin! Ich bin! Nichts für Sie! Das ist uns! Hör! Komm hier! Mach sie fertig! Wir haben... Hier! Ah! Nein! Oh mein Gott! Ah! Ah! Er gibt nicht einen Schicksal! Er gibt nicht einen Schicksal! Er kann mich anzuhören! Ah! Nein! Hättest du noch Respekt für den Tom, würdest du das lassen! Fangs! Du Arsch, Sam! Du würdest es auch tun, Tom! Mann! Ich weiß, du hast es getan! Jetzt wird es ernst, Jungs! Erlenigst ihn! Gehen dir die Leute aus? Das ist fertig vom Alter! Salieri hat uns abgezogen! Euch vielleicht! Aber mich? Ich bin bei sowas schlauer! Wir haben ihn kalt gemacht! Ich seh's! Heilige Maria! Sie sind der Schande für die Familie! Such dir die bessere Funde! Jetzt müssen sie kümmenden Glückspreffer, Tom. Zum Glück kann man mit Drogengeld viele Leute kaufen. Macht ihn alle, Jungs! Er will mich erwischen! Das Licht fliegt! Das Licht fliegt! Er hat mich in der D.A. Oh, nee! Du hast dieses Leben satt! Ich bin angesehen. Jetzt gibt es nur einen Ausweg. Und ich bin derjenige, der ihn dir gibt. Egal wohin du fließt, Salieri wird mich finden. Diesmal wird dich niemand zum Arzt tragen, Sam. Töte mich, aber der Don, er wird dich immer verfolgen. Lass mich leben. Ich sag Salieri, dass du tot bist. Du kannst verschwinden. Genau wie Frank. Aber du bist schlau und bleibst verschwunden. Stimmt's? Was ist passiert? Hat sich in Europa versteckt. Aber der alte Idiot hat auf Hunderennen gewettet. Wurde von einem Freund der Familie entdeckt. Und Salieri hat Leute geschickt. Und seine Familie? Gehört. Gehört. Du kannst es nicht richtig. Diese leise Stimme in deinem Hinterkopf klingt vielleicht wie deine Tochter. oder Sarah? Hält dich davon ab, abzudrücken. Und du kannst dich nicht entscheiden. Mit jedem beschissenen Wort aus deinem Mund wird es leichter. Wir hatten gute Zeiten, oder? Weißt du noch, als ich, du und Polly? Gehört. 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 Ich weiß, das ist bestimmt nicht leicht für Sie und ich will Ihrer Familie helfen, aber... Ich kann Ihnen nur helfen, wenn Sie vor Gericht aussagen. Das verstehen Sie doch, oder? Sie müssen da oben sitzen. Vor Salieri, Ralphie, Vini, vielleicht sogar Sarahs Vater. Ich glaube nicht, dass Sie die Eier dafür haben. Ich werde tun, was nötig ist. Aber Sie müssen meiner Familie neue Namen besorgen und sie weit weg bringen. Oh, langsam. Zwischen unserem Gespräch hier und Sarah an einem sicheren Ort liegen Meilen. Ich habe wohl Ihre Zeit verschwendet. Und meine. Ich muss weg. Tom. Ich habe auch eine Familie. Eine Frau und vier Jungen. Irische Zwillinge? Ja. Also verstehe ich, was Sie jetzt gerade durchmachen. All die Sorgen über Sie. Die Angst, dass jemand von Ihnen vor Ihnen stirbt. Aber dieser Fall ist einer der größten in der Geschichte dieser Stadt. Er könnte sich über Jahre ziehen und ich weiß nicht, ob ich Sie so lange beschützen kann bei dem, was gerade passiert. Jeder muss schauen, wo er bleibt. Sogar korrupte Cops. Ich bin nur ehrlich. Ich kann ein paar Kollegen trauen, aber nicht vielen. Wenn ich mich zwischen Ihnen und mir entscheiden muss, werde ich meine Frau nicht zu Witwe machen. Und sie am Leben zu erhalten, ist auch nicht sauber, aber ich versuch's. Sie wollen mir weismachen. Für Sie stünde nichts auf dem Spiel. Es geht um Ihre Karriere, genau jetzt. Egal wie es für mich ausgeht, ob ich lebe oder sterbe, Sie können Morellos Fall knacken und einen Don einsperren. Salieri ist Ihr Vermächtnis. Sie kennen mich nicht besonders gut, Tom. Salieri gehört ganz einfach ins Gefängnis. Solange Sie mir dabei helfen, helfe ich Ihnen. Das ist auch schon alles. Dann muss das genug sein. Vor langer Zeit. In einem anderen Leben. Erzählte mir jemand, die Familie sei die Achillesferse eines Mannes. Seine größte Schwäche. Vielleicht hatte er recht. Denn alles, was ich getan habe, gut oder schlecht, tat ich für die Familie. Ich habe Menschen verraten, die ich für meine Freunde hielt. Ich habe schwere Versprechen gehalten. Ich habe acht Jahre Einsamkeit verbracht. Versucht, mich zu finden. Damit ich nach Hause kann. Als besserer Ehemann. Als besserer Vater. Als besserer Mann. Jetzt, da ich viel älter bin. Und ein wenig weiser. Erkenne ich, dass Familie unsere größte Schwäche ist. Aber auch unsere größte Stärke. Sie lässt uns morgens aufstehen. Sie lässt uns unsere Träume jagen. Auch, wenn sie uns immer entwischen. Und sie richtet uns auf. Wenn wir zu müde für jeden weiteren Schritt sind. Mr. Angelo? Ja? Mr. Salieri lässt schön grüßen. Tommy! Es ist okay. Ihr seid jetzt sicher. Ihr seid alle sicher. Vergesst nicht. Geld. Arbeit. Sogar die besten Freunde. Kommen und gehen. Aber Familie. Familie ist für immer. Ich trete. Ich trete. Ok. K Tem. K Tem. K Tem. K Tem. K Tem. K Tem. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018